Ja, ich höre dazu. Ich habe auch noch welche im Kopf. Siehst du? Das ist ein Tromba die Morte, Todes-Trompete. Die kannst du trocknen. Mina, aus! Nein, aus habe ich gesagt. Mina! Da, da! Da, da! Machst du aus jetzt! Ich glaube, ich spinne. Inna! Inna! Hier! Auf! Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Hier! Was? Der ist gut hier, guck! Wow! Das ist ein guter Speisepilz, Simone. Also du erkennst den, ob der giftig ist oder nicht. Einen Tag später. Wenn du tot bist, dann wärst du Bescheid. Dann war der nicht gut. Ich weiß nicht. Ich habe keinen Empfang. Ab ins Körbchen. Ja! Ja! Was ist das? Komm mal! Du hast ein kleines Stückchen gefunden. Ich hab die, wenn du jetzt ein kleines Stückchen hast. Es hat was mir gefallen. Ich hoffe, ich habe ein kleines Stückchen.